Und nun unsere aktuelle Immobilie. Dieser alteingesessene Gasthof ist das Schmuckstück der Region aus Seerland, seit er 2012 völlig erneuert und mit den modernsten technischen Standards ausgestattet wurde. Direkt an der Dorfstrasse gelegen, betritt man den gemütlichen Gastraum mit Schank und abgeteiltem Frühstücksraum für die Pensionsgäste. Auf der kleinen heimeligen Terrasse genießt man jetzt die ersten Sonnenstrahlen. Eine große Küche lässt in Sachen Ausstattung und Funktion keine Wünsche offen. Vom Gastraum sowie vom eigenen Eingangsbereich betritt man die Pension, welche seinen Gästen fünf voll ausgestattete Apartments mit Wohnzimmer und moderner Küchenzeile, Schlafzimmer, Bad und WC bietet. Ebenfalls genießt man von den Balkonen einiger Apartments einen wunderschönen Blick zum Hausberg, dem Krimming. Ein schönes Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer, jeweils mit Bad stehenden Gästen oder auch dem Personal zur Verfügung. Eine kleine heimelige Sauna sowie ein beheizter Skischuhraum stehen Langläufern, die direkt neben der Pension in die Läupe einsteigen können, sowie natürlich auch sämtlichen anderen Wintersportlern zur Verfügung. Dieser bis heute sehr gut gehende Betrieb mit jahrelangen Stammgästen kann ohne weitere Investitionen auch von Jungunternehmern, die die ebenfalls moderne Einliegerwohnung sofort beziehen können, übernommen werden. Ebenfalls eine Hilfe für einen Jungunternehmer könnte eine Übernahme des bestehenden Darlehens sein. Der Kaufpreis für diese Immobilie beträgt 598.000 Euro. Sie denken schon länger daran, sich selbstständig zu machen? Dann setzen Sie sich mit diesem Betrieb ins gemachte Nest. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Und nun unsere Immobilien der Woche im Kurzdurchlauf. Ein Neubauferienhaus aus einem tollen Grund in Bildalpen. 53 Quadratmeter Wohnfläche, ca. 1500 Quadratmeter Grund, aufgebaut mit feinfaserigen und nordfinnischen Bularholz. Der Kaufpreis auf Anfrage. Und unser Objekt 2, eine nette Dreizimmerwohnung in wunderschöner, sonniger und ruhiger Lage in Keindorf bei Gröbning. Mit 90 Quadratmeter Wohnfläche plus 16 Quadratmeter Terrasse sowie 280 Quadratmeter Grundanteil in einem Zweifamilienhaus. Der Kaufpreis reduziert auf 149.500 Euro. Und schließlich unser Objekt 3, ein Drei-Stern-Hotel auf der Planeralm in Donnersbach. In bester Lage unmittelbar beim Skilift. 855 Quadratmeter Grund, über 1000 Quadratmeter Nutzfläche, 16 Zimmer mit maximal 50 Betten. Der Kaufpreis auf Anfrage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017